Seit 2008 befinden wir uns in einer Finanzkrise. Man konnte mit einer ersten grossen Feuerwehrübung damals das Schlimmste abwenden, das System einigermassen stabilisieren. Aber leider hat man bis heute keine Massnahmen gefunden, um einen Weg aus der Krise zu finden. Man hat aber auch gar nicht erst versucht, dort hinzuschauen, wo das Problem wirklich entstanden ist, und zwar bei der Kreditgeldschöpfung der Bank. Es ist nämlich wirklich so, dass ein Grossteil des Geldes heute nach wie vor von Banken privat hergestellt wird. Es führt dazu, dass heute 90% des Geldes Bankengeldes ist, privat geschöpft, und nur 10% des gesetzliches Zahlungsmittel, das von der Nationalbank kommt, unser Bargeld. Und von dem Geld, das von den Banken geschöpft wird, geht vielleicht knapp 20% in die Realwirtschaft und kommt dort ein Unternehmensgut und sorgt für Wachstum. Aber sagenhafte 80% wird einfach für Spekulation an den Finanzmärkten eingesetzt. Dass wir da nicht aus der Krise herauskommen, ist wenig verwunderlich. Müssen wir das auf uns sitzen lassen? Ich weiss es nicht. Wir können etwas dagegen machen. Mit der Vollgeldinitiative, die letzten Herbst eingereicht wurde, kann die Schweizer Bevölkerung erstmals etwas gegen das Wahnsinnsspiel unternehmen. In Zukunft soll nur die Schweizer Nationalbank unser Geld erschaffen und vor allem das elektronische Geld auch erschaffen, und nicht mehr die privaten Banken, so wie das bis dahin war. Die Konsequenz wäre, dass auch wenn eine Bank sich für Spekuliert und Konkurs geht, dass unser elektronisches Geld auf unseren Konten immer noch sicher ist, so sicher wird das Bargeld oder unser Geld im Sparschweinchen. Die Nationalbank wäre dafür zuständig, dass genug Geld in die Realwirtschaft fliesst, aber kein Geld in die Finanzcasino der Banken. Wow, was für eine riesen Möglichkeit! Politiker und Parteien in der Schweiz haben uns in Stifa allerdings noch nicht auf den politischen Schem genommen. Das Problem ist, dass ein Grossteil der Bevölkerung in der Schweiz keine Ahnung hat, wo die Probleme in unserem Geldsystem sind und wie wir sie lösen können. Damit die Aufklärung über unsere Initiativen bis zur Abstimmung bei einem Grossteil der Schweizer Bevölkerung ankommen, braucht man eure Unterstützung. Denn von den Politikern werden wir sie nicht bekommen. Die Vollgeld-Initiative geht nächstes Jahr auf die Kampagnetonnee, und zwar den ganzen Sommer über die Trisgestädte. Ziel ist es, Grossteile der Bevölkerung zu informieren und eine breite Debatte über die Initiativen zu lancieren. Unser Logo ist ein 5 Meter grosses, aufblasbarer Sparschwein. Wir wollen, dass elektronisches Geld so sicher ist wie Münzen und Banknoten im Sparschwein. Mit dieser Kampagne können wir weite Teile der Schweizer Bevölkerung informieren und aufklären über ein wichtiges Anlegen, das wir hier in der Schweiz haben. Bitte unterstützt uns mit grosszügigen Beiträgen. Hilfen Sie uns dabei, unsere gesamte Tournee zu unterstützen, die Transport- und Infrastrukturkosten, die Produktion von unserem Sparschwein, die Promotion und so weiter. Danke vielmals für eure Unterstützung, damit die Vollgeld-Initiative die nötige Aufmerksamkeit bekommt. Bis zum nächsten Mal.